infringer hallo und herzlich willkommen zurück bei Batman Arkham Knight in der letzten folge haben wir endlich Simon Stack gefunden und der Typ ist nicht so unschuldig wie behauptet wurde der hat nämlich mit Scarecrow unter einer Decke gesteckt. Wollte dann aber sein eigenes Ding durchziehen und das hat Scarecrow nicht so gefallen. Und deswegen liegt er da jetzt. Und ich hoffe mal, dass wir endlich Scarecrow finden und den Arkham Knight vielleicht auch. Boah. Toll, das ist jetzt hier in der Ego-Perspektive und schon ist der Joker wieder weg. Zweimal Scarecrow. Roll up, roll up. Es ist der wirklich Scarecrow-Show. So, woher ist unser ersten Contestant? Du, der mit den Ehen. Steig und geh mal. Was ist dein Name, Herr? Bruce? So, welcher wird es, Bruce? Difficult, nicht wahr? Ist es derjenige, oder derjenige? Making the right choice is so hard, isn't it? But what's the alternative? You don't want to be left watching the real Scarecrow destroy your present city. War das ein Hinweis, ja? What are you waiting for? The answer? A question? Oh, come on. Pick already. Bad luck, Bats. Nein. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. You're not dying, just feels like you are. My toxin is filling your lungs, drowning you in your greatest fields. What can you see? The city engulfed in fear. Betrayed by those who trust them. Your darkest secrets revealed. As I tear your mind apart, Gotham will watch. I will cut that mask from your face, and the whole world will see the fear in your eyes. Then they too will understand. There is no savior, no more hope, no more Batman. Maybe it's all that happened. Oh, what's the hell? Batman, der mit Jokers Stimme spricht, bzw. Joker, der den Körper mal eben übernommen hat. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on! Oh, come on. Oh, come on. Die Wahrheit. Du hast fast diese Menschen getötet. Du warst bereit, um deine Gefühle zu entfernen. Alles, was du bist. Du sagst dir, dass du nicht wie uns bist. Du sagst dir, dass du etwas mehr bist, etwas besser bist. Seine Augen sind immer noch grün. Fingers sind weiß. Okay. Okay, das habe ich jetzt wohl versaut, aber... Mann! Krasse Szenen. Für diesen letzten Teil wurde echt alles nochmal rausgeholt. Und das ist genial. Herrlich. Ich frag mich, was passiert wäre, wenn ich den rechten Scarecrow genommen hätte. Vielleicht dasselbe, oder auch nicht. Keine Ahnung. Nicht nur mein Freundchen. Nicht nur mein Freundchen. Nicht nur mein Freundchen. Gut. 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 Nein. Was ist das? Schön. Okay. Ah, nee. Scheiße. Ja, der Sound hat sich gerade ein bisschen verschoben hier. Ich glaube, doch Batman ist der fünfte Patient in seiner eigenen Halle. Los, nimm den Anruf entgegen. Ja, der Scarecrow ist durch Gotham. Du musst das sehen. Wie fühlt es sich, zu sehen deine Stadt auf der Brink des Ruins? Deine Freunde in den Klettern der Todes? Scheiße. Ja, der Scarecrow ist. Ja, der Scarecrow ist nicht zu weit, Batman. Und jetzt deine Fehler ist alles, aber complete. Als die letzte Scarecrow ausgesucht ihr Körper wird sie wissen, dass du jemanden, die sie verletzt hat. Geiles Erlebnis. Ganz ehrlich. Und doch. Äh, ich seh hier den Kran. Von hier aus komm ich dann also immer wieder zurück in das Luftschiff. Okay. Das muss der Ace Chemicals sein. Ich frag mich, ob man irgendwo auch Arkham Island findet. Oh Mann. Okay. Wo geht's jetzt hin? Rescue Oracle. Intel Riddler wäre auch. Hier fehlen aber noch einige. Hier zum Beispiel, zwischen den beiden. Dort. Und hier. Und dort unten. Und hier. Aber erstmal werde ich mal die Wayne-Tag-Punkte untersuchen. Null. Ui. Okay. So. Wo sind wir jetzt überhaupt? Dort. Ace Chemicals. Tower Defense Mission. Okay. Hier sollen wir hin. Aber ich werde erstmal zum GCPD zurück. Einfach weil ich mal dort noch etwas genauer rumsuchen will. Was ist denn das für ein riesiger Tank da unten? Cobra Drone. Heavy Armored Tank. Er ist nicht der J-Man. Und überhaupt. Ist der doch gefährlicher als vorher. Im Tod. Gut. Wie sagte man früher in manchen Filmen so schön. Wenn einer gestorben ist, dann ist der jetzt mächtiger als je zuvor. Hehehehe. Ah. Da sind wohl doch mal die Joker-Gene bei Bats rausgekommen. Ja, der schließlich dasselbe Blut. GCPD. Mal sehen, ob die uns überhaupt noch reinlassen, nachdem was Gordon über uns weiß. Authorized personnel only. Okay, da dürfen wir nicht rein. Müssen wir echt immer durch die Tiefgarage fahren? Anscheinend. Oh, rein da. Oh, rein da. GCPD. So, mal sehen, ob die irgendwas gegen uns haben oder nicht. Ne, sieht nicht so aus. Okay, was haben wir hier? Oh, hier ist nix weiter. Gut, dann gucken wir mal rein. Always looking for names to be smirch. What does this newsman contact us research? Newsman, das klingt nach Jack Ryder. Hier sind unsere Geretteten. Lockup Capacity 20%. Maximum Security 1 von 11. Ja, wer bist du denn? Ach. Guck einer an. Ein Spitzler. Hey, Batman. Ich kann den nicht verhören, aber wieso leuchtet der Grün? Holding Cells. Uiuiui. Anguin Gang. Sind das alles die, die ich schon verprügelt hab in der Story-Mission? Pff. Checkpoint Commanders. Maximum Security. I put one on his leg. You ain't shooting nobody. Oh, when's not sure you are, don't you? You don't look like you know it was really. It ain't helping him, yeah, no. A souvenir from a previous life. Huh. A hook. Ah, masked vigilante. Irgendwas war jetzt grad zu klein. Subject to small. Subject to small. Äh, welches denn? Ah, Mr. Cash. Ah, alles klar. Poison Chalice. Evidence Room. Militia. Okay. Also hier gibt's einiges zu suchen, zu finden. Oh. Oh, there you are. Look, it's my stuff. So this is my memorial, huh? Not even a statue. Sonst geht's noch. They can just file me away, don't they? I've been sent back for a reason, Bruce. And no one's forgetting me this time around. Mad Hatter. Oh, man. Do you know how long it takes to make an explosive set of chattering teeth? I hope you enjoyed the joke. I did it all for you. Ne. Collect remote electrical charge. Hm? Ich glaube, hier hätte ich sowieso irgendwann hingemusst, um das Ding zu holen. Oh, man. Very subtle. I know this is the evidence room, Bruce. But you could have tried to cover your tracks. Oops. One electric charge gun used by Batman, aka. Anarchy. We don't like to ask. Batman dropped his gear with the rest of the Arkham City evidence. Nice to have some of Batman's gear in the evidence room. Ovi doesn't ask for it back. Das habe ich schon. One mask and jacket worn by Anarchy. A.K.A. Lani Machen. I wasn't even a cop when this kid tried to hit Gotham. No one's seen him since. No one knows where they're keen. I guess the government don't like anarchists too much. Okay. Electrocutioner display. One mask and jacket worn by the electrocutioner, a.k.a. Lester Buczynski. Joker hired this guy on the night of the Blackgate riots. And then he killed him. I heard Batman borrowed these for a while before handing them in. I guess he prefers beating up punks the old fashioned way. Ups. Okay, die kann ich nicht einschlagen. One vial of Titan formula. One set of wind-up explosive false teeth. One pair of actual x-ray specs. One toy gun loaded with one toy flag and five real bullets. All used by the Joker. No known alias. It's one hell of a toy box. I'm glad no one's gonna play with it again. Ja, aber wissen wir das. Mr. Freeze, Scarface, Great White Shark. Sehr interessant hier. Ventriloquist, Talia al Ghul. Black Mask. Ist eine richtige Sammlung. Harley Quinn. One laughing gas grenade. One snare trap and one baseball bat. All used by Dr. Harley Quinzel. A.K.A. Harley Quinn. During a recent assault on the Bloodhaven Police Station. From what we gather, Scarecrow sent Harley to break out the poison ivy from the locker room in blood. Tja. Bane ist klar. Ross al Ghul. Killer Croc. Deadshot. Also es ist ja ein richtiges Museum hier. Und Batmans haben wir mitgenommen. Und da ist noch was, was wir zerschlagen können. Militia. Nicht schlecht. War doch gut, dass ich hierher gekommen bin. Ich wollte eigentlich... Achso, weil ich was mitgenommen hab. Okay. Okay. Okay, hier kann ich nicht rein. Oder raus. Keine Ahnung. Hm. Okay. Da ist Ivy. Hat die irgendwas Neues für uns. You're not attuned to the world the way I am, Batman. Something's coming. I can feel it. Wayne Tech Holding Cell, eh? How's it work, Bats? Weedkiller in the shower? Secret compartment just filled with aphids? Ah, look. I'll be your imagination from now on, okay? Psst. Na, das hab ich schon mitgekriegt, J-Man. Gordon scheint nicht da zu sein. Vielleicht hätte der sogar schon einen Haftbefehl gegen uns ausgestellt. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir hier erstmal wieder fertig. Ich guck mal mal das Teil an. Äh. Hier. Aha. Können wir draußen mal ausprobieren. Hm. Ja, Officer Owens ist noch ein bisschen... Das ist doch eindeutig ein Riddler-Mann, oder? Aber ich kann ihn noch nicht verhören. Ach, doch. Okay. You're crazy. Batman's gone crazy, guys. What are you doing, Batman? Back off. Stand down, Batman. Now, I don't know what he's talking about, guys. Are you sure? Okay, okay. I knew famous Menigma. Tell him when Gordon's on his trail. Stick those dumb trophies of his around the place. That kind of stuff. But that's it, really. I'm not such a bad guy. I swear. I don't care. Hey, you can't throw me in here. I'm a cop. Jetzt nicht mehr. Alles klar? Sorry about drawing our guns. We're just all on edge around here, that's all. Nothing personal. Sorry, Batman. We had no idea. Internal Affairs had their eye on someone at GCPD. Looks like we know who it was. Pseh. Gut. Hätten wir das. Können wir uns ja gleich mal ansehen. Was gibt's hier noch? Ah, hier ist das Rätsel. Aber wir werden uns erst einmal um die ganzen Nebenjobs kümmern, um die, ja, Storys. Was auch immer. So, und ich glaube, jetzt wäre hier wieder ein guter Zeitpunkt, die Folge zu beenden. Ich glaube, ich beende jetzt auch erst einmal diese Aufnahmesession. Das war sehr viel für einen Tag. Also, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Ta-ta. Untertitelung des ZDF, 2020